kommt man denn aufs da da über den haikopf hier hoch springen antenne 1 antenne 2 nicht verbunden antenne 3 nicht verbunden ist der rock sender batterie aufnehmen niemals so wir hatten jetzt die anderen antennen das war oder wer wer sonst keine ahnung wer sonst leben die selben soll ich irgendwo kann man die so nah beieinander setzen hier kannst du machen was du willst du nah an der bordwand viel spaß ich hab keine lust mehr auf diesen scheiß ich kündige mach doch einmal was vernünftig ich mache die ganze zeit essen und trinken ja hat sich von mir immer auf ist zu atmen habe ich gerade schrott hast du gesagt dass ich das liebte jetzt wird es warm du nah an der bordwand na da aus man ja mit der schaukel ich brauche bretter und futter ich bin schwanger ich bin schwanger ja ich bin schwanger ich habe eine feder achso das machen wir wieder noch eine noch eine eine feder können wir gleich Pfeil und Bogen machen die antenne jetzt da rüber reicht das nicht? mach mal versuch mal wie kann man die abbauen nur dass ich die kaputt mache? mit x du gehst rauf und gehst einfach mit x entfernen ok dann schnell abbauen schnell abbauen schnell abbauen nicht so jetzt Antenne 2 verbunden ok du hast noch in die andere richtung oder was? ja jetzt noch in die andere richtung kommt 1 also hier hinten ist Antenne 2 1 2 3 4 5 und dann funken um Hilfe dann kommt das Rettungsquot das ist die falsche Antenne 3 verbunden ist die falsche? ok sorry nicht schlimm mach einfach so jetzt ist Antenne 1 und 3 zu nah ja hier ja das ist unser Mammel das müssen wir noch rüber bauen bei mir fehlt ein Schrott, Nägel fehlen ich hab noch 4 Schrott ich hab noch 4 Schrott ich hab noch 4 Schrott Entschuldigung die äußere weg oder die in der Mitte jetzt? die äußere muss weg die äußere? steigt ok ich hab gedacht wegen Abstand müsste die jetzt kommt der Hei schon wieder Antenne 3 verbunden jetzt noch einmal ja ja das ist weil ich die eine weggebaut hab ach so ja weil die eine abgerissen hast wo ist der Hei? hängt der irgendwo am Boot? 1, 2, 3, 4 4 Felder müssen dazwischen sein also wenn wir die hier bauen? das geht nicht ne? ne baut doch noch 4 ja da unten reicht aber nicht wir brauchen Nägel ja dann baue ich sie noch dran die haben wir nur Nägel lassen ich hab 4 Schrott noch ja dann bau Nägel wie mach ich denn Nägel? ich hab Nägel ich hab auch Nägel da ich zeig hinten oh äh wir haben auch Nägel Fußnägel 1 2 3 wir müssen da noch 2 dran bauen 2 Dächer sonst wird das zu nah sein warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal ich bin nix am machen hier das war ich ich hab was falsch gemacht wie baut man denn da was dran? 3 der Holzdach auf ja und noch eins geht das? ja ich brauch Holz dann lass uns weiter fahren wo? so das müsste doch gut sein oder? ja jawoll sie ist da 1100 Meter oder knapp 1200 hi ey der ist näher 1181 du musst mich nicht immer begrüßen wenn ich an dir vorbeilaufe alles gut 1181 in südwestlicher Richtung dann sind wir am ziel dann haben wir das spiel überlistet ne 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 wie hast du den wie hast du den Hacki wieder hingestellt? Kurt was habe ich hingestellt? Hack hast du ganz komisch hingestellt ja wir kommen näher ja dann lach doch wer das komisch ist du kannst Sachen drehen wusstest du das? nö ich bin mal ganz kurz afkar warum? er sagt einfach nö oh nein ich bin vom Schiff gefallen Kine alles ok ich bin wieder auf dem Schiff hi Kine ja für dich hätten wir eh nicht angehalten ach wir stehen ja ne wir fahren es wäre auch nicht schlimm gewesen du hättest gar nicht gemerkt dass ich nicht mehr da bin hättest du uns schon gesagt ich hätte gewartet und geguckt ob ihr es merkt oh dann hätte Simo angestupst rette mich mhm genau ww so ich freue mich wie sieht das aus? was habe ich verpasst? freust du dir was hast du gemacht? ja nix nix deine Holze ist vom Boot gefallen und wir wollten sie nicht retten achso geh da weiter in die andere Richtung was weiter? weiter ihr könnt doch das Siegel nach oben setzen dann haben wir hier unten auch wieder mal ein bisschen ja das können wir machen wir machen ja und den Anker können wir auch hier nach oben setzen lass den Anker fallen ins Gewächsaut wir brauchen langsam neuen Fisch ne? ja ich hab doch ganz viel noch geangelt ja aber hier ist keiner mehr warte mal hier ist doch keiner mehr drin da lag doch alles noch auf dem Grill ich angle mal ein bisschen ja auf dem Grill ne ist ein Fisch noch drei Fisch Brötchen Brötchen komm wir nach McDonalds was? wo ist denn der Wimpelwimpeldinge? Fahrzeug dahin wo sind das Wasserdinge? wir hätten unseren Aufgang jetzt hier zugebaut ich war das glaube ich ok kommen wir hier so hoch? ne du musst nicht hoch ah doch doch es geht du kommst in den Kochtisch hoch den Kochtopf ja wir sollten mal eine Treppe bauen was hältst du davon? ja Treppe ist auch gut wir brauchen wir nicht irgendwelche Gegenstände benutzen ist das nicht auch ne Leiter richtig? ja eine Leiter kann auch bauen eine Leiter kann ich auch soll ich eine Leiter bauen? ich brauche eine Leiter ich brauche eine Leiter hat das eine Strommleiter oder ein Teamleiter? ein Teamleiter eher aber ich kann keine Leiter bauen ein Hahnleiter ne Leiter geht nicht weil die Eis gewandt die wir frei hätten wo kein Dach drauf ist da haben wir ein Sammelnetz drunter ich guck mal wie einer Treppe ja genau super das ist geil ne? hm was ist bei dir? ich brauche Nägel ich habe 8 Nägel gib mir einen einen bitte aber nicht den Zehennagel nur so einen Teinennagel Nägel? wo bist du denn? sogar nicht gracias Panthea oh bitte nicht du auch noch was? achso 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 alles klar ja da hätte ich nicht schon mit meinem Spanischen Akzent anfangen können dann wäre schon lustig geworden oder traurig ja eher traurig ja so die Treppe ist da drehe die doch mal live das ist vorbei ne? die Treppe ja ne hast du schon gedreht die ist hier auf Stream guck den Stream halt an roh 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 was das ding an und ausgemacht das habe ich gar nicht gehört wenn ich bin ich hab's gehört hat ich muss das ding noch einholen zu spät noch mal ein feschen mitgenommen sehr gut ich bin das mal kurz weg ich stimme richtig spät ich kann nicht mehr nachdenken gar nicht aufgefallen dass du dich nachdenken das ist doch mal seit lange der lustigste stream das war auch lustig bei der war auch eher konzentrierter zum tag muss man zusagen wir haben das ohne hilfe geschafft ich wasche meine hände in unschuld aber wir müssen noch über das gehalt reden du kriegst dasselbe wie ich nix geht alles vieles vieles die diktatorin ich hab mir sogar noch vorgeschlafen eine stunde damit ich raushalte aber irgendwie was ist schlafen ach deswegen bist du so ruhig du pennst nebenbei schon so ein sekundenschlaf ja ja mit seinem kopf immer so halbwegs hatet ihr schon mal sekundenschlaf gehabt ja er scheint nicht immer jedes mal wenn ich einschlafe das ist echt lustig gewesen in der schulung immer ganz schlimm so langweilig gewesen du musst dann morgens um acht auftauchen und dann fängt der andere zu theorieren und oh karte küsse kotzen ich hab da damals mal oft eingeschlafen ich hab da während moped fahren einmal gehabt da hat man vorhin einen Laden gehabt und am nächsten Tag durchgemacht am nächsten Tag ein Moped zurück aber nicht so gut wenn bin ich dann immer so richtig mit den kindern im armen wo eingeliegt und bin so fünf minuten später panisch aufgewacht oder eine stunde später keine ahnung sekundenschlaf stunden später ja sekundenschlaf hatte ich nie wenn ich richtig weg dann achte jemand schon mal einen stundenschlaf beim autofahren oder Bromadfahren oder so solltest du es nicht machen also das ist nicht ne das war ja auch nicht cool das glaubst mir ist mir auch noch einmal passiert zum glück was passiert nix sehr gut ich hab da ist nichts passiert zum glück zum glück ja zum glück aber daraus wird man schlauer dann ne man war junger Männer fahren so ist es halt auf die Schnauze legen müsste eigentlich alles aus um die Sperre ne wenn schwerer du meint nur Schmerz wäre wahrscheinlich ein Speicher gewesen je nachdem wie du dich dann hinlegst ja da kommt mir drauf an ne deswegen ganz gut dass da nichts passiert ist ja ja das ist richtig auf welche die Motorrad und dann konnten schlafen und sind in den Zaun gefallen und war der Finger ab oh da können noch ganz andere Sachen passieren ach Gott haben wir meine schwarzen Kinder die an die Wand ne so ist es so die Insel bis dahin da ist sie ach das ist der Scheiß nö ich bin dran vorbei da so halbwegs ich krieg halt mal ein bisschen ich hab will äh Dürtturm Dings Dürtturm Dürtturm ich bin mir aber gleich auch weg ich muss das noch fertig machen ne morgen wo ich die Kinder fertig machen wie weit haben wir denn noch zur Insel nicht hier drüben müsste doch zu sehen da ist sie doch ach so ich bin gerade hier am rumkrebs wegen Batzer da wo die Sachen draufstehen das ist eine Insel mhm da ah ja I see I see im Singleplayer hab ich sie ja mal gefunden tatsächlich das ist eine oder gibt es da verschiedene ja das ist ja das sind so sag du mach mir jetzt hier gleich Feierabend und machen wir den nächsten Dings da weiter ja kann man gerne machen fallet ihr davon Mädels guck 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 wieder ist alle weg ja hier ja hier kannst du mir dann noch einen Gefeind tun mich in meiner Welt wiederbeleben ja klar können wir machen weil bei Hardcore ist oh der ist tot wer der der Hi Dacht Kurt Watt nein Kurt ist nicht tot nein währenddessen verhungert ich bin wieder da wo speichert gerade ich ne jetzt speichert wir haben gerade gesagt wir wollen jetzt auch da ran ankähen und dann machen wir wir auf für heute ich bin dafür 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 wofür so schaffe ich es noch die kisten einzusortieren kann man die flasche auch anzünden ja molotov cocktail auf jeden fall was möchtest du anzünden die kerze leider nicht die flasche warum das nicht geht keine ahnung ja weil das wäre doch kröne das ding so beleuchten könnte es mit den flaschen ja das sind ja die flaschen da sind ja die lanterne hat einer oben da blick drauf ja so brauchen wir doch gar nicht mehr die insel ist doch da ja ne ich war nur wegen dem felsen der kommt verdammt nahe aber passt schon wenn ihr ein feld auch da auf der anderen seite ich bin hier nicht sehr süß wo wohnt er gehen können wir mal so langsam in anker wenn wir jetzt gleich dran sind lichten ja kann ich machen eigentlich auch er hat dann schon heute ist ein laff in haus ja wir kommen wohl wieder zu hause jetzt gibts mir mal dein trinken bitte ja dann würde ich sagen machen wir an der stelle schluss mal auf vielen lieben dank fürs zuschauen bis zur nächsten runde bei